Ich bin Adrian Affertranger von der Firma DIVISA. Wir sind hier in Luzern und überraschen den Sieger in der Kategorie Bar & Lounge, Bierliebe & Friends. Hallo miteinander. Was macht ihr hier? Hallo. Ich habe dich überrascht. Okay. Herzlichen Glückwunsch und gewinnen in der Kategorie Bestes für das Gastro, Bar & Lounge. Wir müssen das leider mit per kurzen Entfernung machen. Alles Gute, Adrian. Das ist euer Gewinn in der Kategorie Bar & Lounge. Herzlichen Glückwunsch. Das Interview war natürlich ein Vorwand, um euch den Preis übergeben zu können. Herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn in der Kategorie Bar & Lounge. Ich weiß nicht, dass es Video gibt, aber in einer anderen Form. Wow! Danke vielmals! Das ist jetzt komplett unerwartet. Das war auch unser Ziel. Ich habe nicht mit gerechnet. Nein! Wir haben wirklich gedacht, Corona, wenn Sie wissen ... Das ist ja ein aktuelles Thema. Wir haben gedacht, es ist plausibel, dass man innerhalb der Gastro-Szene ein paar Worte einholt. Haben Sie gerechnet, dass Sie das gewinnen könnten? Wir haben es gehofft. Wir haben mega Gas gegeben. Wir haben wirklich versucht, was wir können. Alle Freunde, alle Gäste, alle gesagt haben, wir müssen unbedingt mitmachen. Uns würde es mega viel bedeuten, vor allem, weil es ein spezielles Jahr ist. Es ist sicher sehr wichtig, dass wir weiterhin Gastronomen haben, die aktiv bleiben, die versuchen, etwas zu machen. Auch in der Situation versuchen, das Beste rauszuholen. Und dadurch ist es sicher eine spezielle Situation, wenn man Gäste und Leute mobilisieren konnte und am Schluss so eine Preise gewinnen konnte. Dann haben wir natürlich noch für dich zwei 36er Gava aus Italien. Die kannst du mit deiner Frau in aller Ruhe geniessen. Ja, genau. Jetzt hole ich mein Team, natürlich. Mit Alkohol. Mit Alkohol dazu. Das ist riesig schön. Ich bin gerade ein wenig sprachlos. Damit ihr noch richtig feiern könnt heute Abend, gibt es natürlich noch etwas zum Anstoßen für euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich hoffe, ihr freut euch über den ... Du hast doch sehr gut verpackt. Über den ersten Platz in der Kategorie Activity. Jetzt könnt ihr für euch heute Abend dem stillen Kämmerlein feiern. Ja, das würde ich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Gratulation. Möchtet weiter so, wie ihr unterwegs seid, auch wenn es, wie wir alle spüren, ein schwieriges Jahr ist, ein spezielles Jahr. Aber ich glaube, mit viel Kreativität. Ihr habt hier super eingerichtet. Ich glaube, so kommen wir alle durch die Zeit. Ich danke vielmals. Ja, gewinnen in einer Kategorie Bar Lounge. Herzlichen Glückwunsch nochmals. Ich habe auch. Danke, dass es dich hat. Danke schön wie jetzt. Danke schön. Bye. Bis zum nächsten Mal.